Willkommen bei Versagen am Holz. Heute haben wir die Helco Vario 2000, Kopfgewicht von 2300 Gramm, hat einen Stiel von 90 Zentimeter, Gesamtgewicht von 3880 Gramm. Sie hat eine extreme Keilwerk, geht minimal ins Holz, die Kraft, dass es Holz nach außen aufdruckt. Der wahre Kampf ist im Töneren. Finde deine Stärke und kämpfe für deine Träume. Packen wir's! Licht auf! Das war das 15. Deal. Und 9, richtig, kommt 16. Deal. Bis dann, hab ich ehrlich.